Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes. Es geht genau an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir entschuldigen erst mal bei Shani dafür, dass sie, ja, verwirrt war, weil wir besessen waren und es nicht wusste. Wen denn dann? Na, ihn. Vladimir. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Lass sie da raus, legen wir ein paar Regeln fest. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu. Ich soll Floydimir von Evarek die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal. Willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Ähm, und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Ähm, verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Vlodimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Ach so, jetzt muss ich ja auch noch, äh, in die Richtung, also jetzt muss ich ja auch noch, äh, für ihn reden quasi. Jetzt muss ich mir erst mal überlegen, wie ich das machen will. Also ich muss ja, ich will ja dann eigentlich schon eher seinen Geist widerspiegeln und nicht so, wie ich normalerweise als Geralt spielen würde. Nicht vom Thema ablenken, Süße. Wenn du keine Wälder magst, können wir uns den Schnickschnack auch sparen und gleich einen Heuhaufen suchen. Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich hab eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, hab ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Vlodimir von Everbeck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen, also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das hör ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich hab sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter hab ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest. Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Vlodimir von Everbeck. Berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist. Läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Shani hat mir mal viel bedeutet. Wir waren immer nur Freunde. Ne, ne, wir hatten mal was mit Giants. Das weiß ich noch. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in andere Leute gärten. Also Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Die hatten genau die gleiche Animation, was das Laufen angeht. Haben sie sich das wohl gespart, die unerhütlich zu animieren? Trifft Shani auf dem Hof, auf dem die Hochzeit stattfindet. Hat er gerade noch gelabert? Kommt der mal mit, oder? Ach, egal. Wie ist dieses Hexer? Fuck. Muss ich ja jedes Mal stehen bleiben, wenn er anfängt zu reden. Ich sprinte mal nicht, sondern laufe normal, damit ich das besser mitbekomme. Diese Zeichen, die werde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen. Ich will mich eigentlich teleportieren. Das ist nämlich ganz schön weit weg. Aber vielleicht redet er, wenn ich da hinlaufe. Was ist das sonst nicht mal? Ich laufe mal hin. Ich laufe mal hin. Könnte interessant sein. Oder reite hin. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Guck mal, ob er wieder auftaucht. Schönes Pferd, wirklich. Gute Haltung. Kräftiger Rumpf. Stabiler Widerrist. Fein. Fein. Du kennst dich mit Pferden aus? Aber sicher. Meine größten Leidenschaften zu Lebzeiten. Mähren und Mädels. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Ich schreite erstmal langsam, um zu gucken, ob er wieder auftaucht. Ich dachte, er lässt uns jetzt erstmal in Ruhe, oder? Dieses Mal ist es nur neblig. Damit kann ich echt gut umgehen. Nebel ist ganz cool. Okay, hier wird es jetzt sonnig. Das war also nur das Gebiet, das neblig war. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgiert und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Komm einfach drüber, einfach drüber. Komm schon, Plätze. Na, taucht er nochmal auf? War ich bei der Brücke? Hat er da was zu erzählen? Ich erinnere mich an diese Brücke. Da bin ich mal runtergefallen. Ins Wasser. Okay, das war's. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Hey da, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich hab zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein. Wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Wir könnten doch einfach fragen, ob wir es kaufen können. Oh, das ist genau das Richtige. Passt perfekt. Wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Hm. Und noch das hier. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Du wirst auf jeden Fall Spaß haben, wenn du mich kennenlernst. Siehst du, Geralt kann mir nicht das Wasser reichen. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermehlten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest. Statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffs-Zwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Wegen roten Haar wahrscheinlich. Hallo Welt. Da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln. Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Schöne kurse Nase, die muss ich mir merken. Vor dem Hund, Shang. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Du, hast da so komische Augen. Komm, machen wir unsere Aufwartung. Wir sollten uns aufwarten. Die Lachreise auf euch. Schenk ihm deine besten Mannen. Bist du taub. Noch einmal. Alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank. Aus ganzem Herzen. Und nun, genieß das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir. Geralt von Riva. Genau, das bin ich. Geralt. Ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten. Wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich kannte glatt. Aber ja. Wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Woher kennst du Shani? Ist die Mitgift dann anständig? Was findest du an den Typen? Mal die Vier. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shani? Vom Medizinstudium. In Oxenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage lieber. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager. Hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Ich glaube, den Rest frage ich lieber nicht. Das war ja schon grenzwertig. Ist die Mitgift denn einständig? Was findest du an dem Typen? Ich lasse es mal lieber. Genug geschnattert. Die Zeit. Sie fliegt. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen. Mit den Frauen zu tanzen. Ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein. Aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Nimm bis Mitternacht an den Hochzeitsfestivitäten teil. Was für eine rauschende Hochzeit. Die Eltern haben wirklich an nichts gespuckt. Bitte, nein. Ich kann sogar meine Hexessinne noch nützen, gell? Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib... Ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. König der Schweinehirten. Wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld. Es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher. Schön wie Gemälde. Jeder Einzelne. Gewinne und sie selbst. Na dann, ich bin ja mal gespannt. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schafft diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Aber mache ich ja nicht meine geilen Klamotten mega schmutzig? Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Nur die gelben, ne? Scheiße. Ich bin ein Hexer. Komplett Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Hast du gesehen, Shani? Ein, zwei, ein Pferch. Hallo. Wo läufst denn du hin? Ich bin genau vor dir. Was ist mit dem los? Ach, ich glaube, das ist so gemacht, dass die einfach dann irgendwann selber da reinlaufen, weil man nur ein bisschen an den Trant sein muss. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferchen. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Ja. Ein kleines Schwein? Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Charly? Hast du jemals jemand geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, äh, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Äh, sag mir, Charly, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch. Je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Hm, vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Gelande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Vlodimir von Everett. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein. Wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charme. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Du bist ein wahres Wunder, Liebes. Hat es weh getan, als du zum Himmel gefallen bist? Das ist dumm der zweite Spruch. Äh, mein Augenstern. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Nun... Ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt. Ja, selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Oh, mein Gott. Halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Ihr werdet gar nichts von dem Bauten Teufel verzeiht. Ich wusste es nicht besser. Ach, ich muss so... Also eigentlich würde ich lieber die 2 nehmen. Aber ich muss so reagieren, wie er reagieren würde. Deswegen werde ich die 1 nehmen. Aber passt in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Paxis. Tschö, tschö.